Damit Leute sind wir auch schon bei der Startnummer 10 angekommen und das ist Clara. Und präsentiert wird sie euch jetzt von der Obacht aller ersten Kiddie-Contest-Siegerin überhaupt. Das war vor 14 Jahren. Es war 1995. Ich freue mich sehr, dass sie hier ist. Ich sage herzlich willkommen bei uns. Hier ist Christina Kramer. Als letzte Finalistin geht jetzt Clara mit Startnummer 10 ins Rennen. Sie kommt aus Salzburg, ist 12 Jahre alt und war noch gar nicht auf der Welt, als die erste Kiddie-Contest stattfand. Hier ist unsere Startnummer 10. Hier ist Clara. Bei uns ist der Geldhahn, pausenlos verstopft. Muss was tun, bevor der Leitiger erklopft. Wie bitte viel von mir so näher, yeah Dann wäre nie mehr die Kurse leer, yeah Ich gebe jedem was Schenken macht Spaß Wenn ich wie ein Schein Stinkreif wäre Zu meinem Papa kaufe ich ein paar Haare mehr Unser Hund sagt eine, Wurstfabrik muss her Ein Faltenbügeleisen, so für Oma-Ma-Perfekt Jedem wird das Minus am Konto abgesägt Wie bitte wird man Millionär, yeah Dann wäre nie mehr die Kurse leer, yeah Ich gebe jedem was Schenken macht Spaß Wenn ich wie ein Schein Wenn ich wie ein Schein Stinkreif fähre Malediven und nicht mehr Schotterteil Maurizio Stadtcampingplatz in Österreich Wie bitte viel von mir so näher, ja Wie bitte viel von mir so näher, ja Und komm mal noch ein paar Null im Meer, yeah Ich will nicht jeder Mann Denk jetzt bald ja an Wenn ich wie ein Schein Stinkreif fähre Mit einem Hit von Kelly Clarkson Unsere Startnummer 10 beim Kiddy Contest 2009 Clara Hi Zahlen sind offenbar das Deine Denn Dein Lieblingsfach in der Schule Achtung Mathematik Ich kann das nach wie vor nicht glauben Unsere Startnummer 10 Clara Wie bitte wird man Millionär Ich kann das nach wie vor nicht glauben